jetzt hallo mein Lieferien Junge ja jetzt hallo mein Lieferien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MW3 alle gegen Dynamo also alle gegen Lukas AGD ja ich Domme und Daniel geil dass du meinen Namen vergisst ja ne ich hab ganz was überlegt aber ähm und ja ich aber und die sind alle gegen Lukas Gertzgau und das haben wir unterschritten Freude es heißt alle Leute und die Besten alle gegen Dynamo heißt es immer noch und die ist frisst Kürsten gerade war es so das wurde die Begründung ist hat irgendwer es gesehen da hat jemand mit Wäldern ich weiß ich bin er hat sich doch ich muss Essen MW3 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 ich hab wieder die Lillanes Blut warum nicht immer die Lillanes Blut ich glaube ich immer irgendwie Lillanes Blut aber eine Lillanes Blut hat das MW3 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 Wortwörtlich ich hab mal mit meinem Vater geredet ebenso ja ihr seid so wie Dino ich hab meinen Vater geredet auch mal so hm achso hm uchso Jo Dun ach keine vier Runden mehr Halleluja das ist Motivation vom Feinchen haha vor allem für dich Alter ich hab gesagt dass es mehr als vier Runden gibt das wollte ich damit da ist darauf wollte ich anspielen er hat im Endeffekt der Liebsten wo immer da wo da wo immer als ja ganz genau was für sie so richtig schön aber so dabei wohl nicht wie so so und sollen ich halb so noch selber und so nicht Prozent erkennt er Prozent Gertort Prozent 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 es scheint so als wird die alle gegen die Nummer gewinnen Nö da war kein Scheiß Schießt einfach durch im Ernst Prozent Prozent erweiterter Prozent Rombo so fährt dann der KS Ok 5 Prozent und schüler so ein bisschen nach rechts und links schwenken und er trifft ja und die Doppelung zu sein wer ist ja auch die aufgenommenen Doppel mit kleiner warum wenn wir schneller gewinnen schießt es nicht ne ja kann sein dass sie kleiner wird bisschen bisschen ja ach ja du ach scheiße Loketta Dynamo 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 ist notamazing ist Richtung B gelaufen ich weiß ich weiß aber nicht wo er ist hä ne ich würde angeschossen gesehen hm 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 ich guck die Nummer zu und die auch so ab ach da ist der Dynamo das wird mir alles zu dynamisch wo was für ein Wortspiel wuuu ja man geht sich nicht ab heute boah bei mir war das volles ey das war schwer bestimmt ok dann jetzt hm so und aim an und wieder aus ja so ist das bei mir und ich hab ein toll ach 8 Sekunden Manu oh die ganzen haben der ist 5 Abschluss tja das ist ach ähm dein mein Vorräte Paket ja ja da auch mal die ja dein äh dein genau Vorräte Paket soll ich gerade sagen ey toll jetzt steht da Daniel den sucht er den sucht findet ihn nicht hm wir sind vorbei toll deine Mutter deine Mutter deine Mutter deine Mutter boah allein wegen dieser Drehung ja gewinne ich es so wenn ich bin der Brot schlussgeräte weil ich die Einrichtung hat die 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 ich bin witzig nur weil du schreit ich bin witzig und das irgendwie nicht witzig ist dass du nicht witzig verdammel ist die 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 schießt links ja Tümi Heidink Tümi Heidink Alter Jaa 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 Ohr Ohr Ich hab das Gefühl der hat ein Dünnerbo entdeckt Ich glaub nicht Junge ich kann da nicht so lange liegen man Gott ich heiße Eli So schnell glaub ich nicht Look at that aim That aim is amazing Look at that aim You see it? No? Okay Ähm Der war für das Sext Heidink I forgot to laugh Ich hab nix verstanden Irgendwas von Salat Und ja Er hat gesagt It was so funny I forgot to laugh Verstehst du das nicht? Ich wär's doch fast so ein Salat Ja Oder wie du heute in Englisch Sag dir das so Alter Immer wenn ich ganz halt den Satz höre Weißt du Irgendwelchen Satz höre Hör ich immer niggern Weißt du Wir Und dann war da so Irgendwie auf der Tafel auf Englisch Irgendwie so make Irgendwelchen dann so Siehste Niggern So geil Und dann sagt er irgendwas Guck schon wieder Ja So Leute das war's mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Nein irgendwas nicht Tschüss Kids Bis zum nächsten Mal Euer Reviews Und Lukas Und Daniel Und nicht Daniel Und Peace Mit Daniels Freelkilds Das war's mit Daniels Freelkilds